Der Akku-Rochentaster Bluebird CS2006 Timber garantiert hervorragende Leistung dank seines Bürstenmotors, ein Synonym für Effizienz und Langlebigkeit über die Zeit. Sein reduziertes Gewicht von 1,5 kg, inklusive Akku, ermöglicht einen langen Einsatz ohne Ermüdung des Arms, was eine präzise und unterbrechungsfreie Verarbeitung sicherstellt. Die maximale Spannung von 21 Volt, die Nennspannung von 18 Volt und eine Leistung von 400 Watt machen ihn perfekt für präzise und kraftvolle Schnittarbeiten. Der Hochentaster Bluebird CS2006 Timber ermöglicht ein sicheres und handliches Schneiden von Sträuchern, Büschen und Ästen bis zu einer Größe von 12,5 cm, dank eines 13 cm langen Sägeblatts. Die Kette, die eine Geschwindigkeit von 4,6 ms erreicht, gewährleistet einen schnellen und effizienten Schnitt. Die Schmierung des Blatts wird durch das Vorhandensein einer manuellen Pumpe in der Nähe des Sägeblatts vereinfacht. Das ergonomische Design und der rutschfeste Griff ermöglichen ein sicheres Arbeiten. Dieser Hochentaster ist sowohl für den Einsatz im freien als auch in geschlossenen Räumen ideal. Seine kompakten Abmessungen kombiniert mit Schneidleistung und Präzision garantieren professionelle und langanhaltende Ergebnisse.